Sie werden sehen, wie wenige wir sind. Wir haben es hier nur mit einem Mann zu tun. Wenn wir seinen Willen brechen, wird es gar nicht zum Kampf kommen. Ist das die Art, wie Männer kämpfen, Sir? Gott sandte diese Flut, um euch zu ertränken, Sir! Und nun sendet er euch Cromwell und Rainsborough, Joshua und Gideon, um euch zu ersäufen in Feuer und Blut. Ihr habt keine Chance, Sir. Wir haben 20 Kanonen. Wir wissen, was unsere Pflicht ist und deshalb... Gebt den Befehl zum Aufgeben und ihr könnt euch allesamt nach dem Hochwasser zurückkehren. Sie, entscheidet euch jetzt. Ihr habt nicht mehr viel Zeit, Sir. Werdet ihr uns erlauben, an diesem heiligen Tag zu beten, Colonel Rainsborough? Nein, Sir. Es ist Blasphemie, dem Sohn Gottes ein Geburtstagsfest zu halten. Dieser Tag ist wie jeder andere. Ich weiß, was er, unterтиров Also darf es noch weiblen. Was darf nicht mehr Leermich und wenn man kann. Untertitelung des ZDF, 2020